Grüße, schön, dass ihr da seid. Goal News mitten am Bundesliga-Spieltag. Wir haben heute diese Themen für euch. Berater streiten sich um Yusufa Moukuku, Mega-Comeback beim FC Bayern und ein Bayern-Star fällt für die WM aus. Das und mehr jetzt bei den Goal News. Wir starten mit einem möglichen Mega-Comeback beim FC Bayern. Laut Sportbild will Oliver Kahn nämlich Karl-Heinz Rummenigge zurück ins operative Geschäft holen. Zuerst wollte man sich von Hoeneß und Rummenigge emanzipieren und jetzt die Kehrtwende. Ja, das macht schon Sinn, denn man will sich vor allem die hervorragenden Auslandskontakte von Rummenigge zunutze machen. Dabei könnte es auch um eine mögliche Verpflichtung eines Mittelstürmers gehen. Die Bayern werden ja immer wieder mit Harry Kane in Verbindung gebracht. Also, Kalle zurück beim FCB. Was sagen die Bayern-Fans? Wir bleiben noch kurz beim FC Bayern und haben eine traurige Nachricht. Sadio Mane wird die WM verpassen. Das berichtet die französische Zeitung L'Equipe. Mane soll sich beim 6-1 gegen Bremen eine Sehnenverletzung zugezogen haben und fällt wohl mehrere Wochen aus. Bittere Pille für Senegal und den FC Bayern. Wir sagen gute Besserung. Und zum Schluss geht es zum BVB. Da hat Yusufa Moukuku seinen Vertrag ja noch nicht verlängert. Und deshalb sind auch einige Top-Klubs auf ihn aufmerksam geworden. Aber nicht nur das. Laut Sportbild streiten sich jetzt auch Berateragenturen um ihn. Unter anderem Riesen wie Unix Sports Group und ICM Stellar Sports. Und warum? Wegen Geld. Natürlich wegen Geld. Moukuku würde bei einem Wechsel zwar keine Ablöse kosten, aber bei einem Wechsel wechseln auch Millionen an Provisionen, Gehalt und Handgeld den Besitzer. Bei Moukuku wäre das ein Paket von etwa 30 Millionen Euro. Das ist attraktiv für Berater. Am 20. November wird Moukuku 18 Jahre alt und dann kann er seinen Vertrag beim BVB verlängern. Aber wie gesagt, das ist noch nicht in Stein gemeißelt. So, das waren die Goal News für heute. Danke fürs Anschauen und jetzt seid ihr dran. Würdet ihr Karl-Heinz Rummenigge gerne wieder beim FC Bayern sehen wollen? Was macht Moukuku im Sommer? Und schaut ihr die WM? Schreibt es in die Kommentare, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, bleibt lieb. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Vorsicht, wenn es�nt nicht in der Welt überläuft. Und wir sehen unschar Optisch. Vielen Dank.